In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden, so not wie Zivilisten. Wenn die Sowjets vor Berlin zurückgeschlagen werden, so wäre das ein großes Beispiel. Die ganze Welt würde aufhorchen. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen, dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen, proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Schlage ich hier erfolgreich und halte ich die Hauptstadt, dann kommen die anderen doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, der den Bolschewiken Einheit zu gebieten in der Lage ist. Und das bin ich. Wenn ich diesen Schlag gewinne, dann verspreche ich mir davon nicht für meinen persönlichen Namen, nicht für meinen persönlichen Ruhm. Es ist für die Geschichte. Geht die Sache gut, ist es sowieso gut. Geht sie nicht gut, wird Europa bolschewistisch werden. In fünf Jahren spätestens wäre der Führer eine legendäre Persönlichkeit und der Nationalsozialismus ein Mythos, weil er durch den letzten großen Einsatz geheiligt wäre. Alles Menschliche, das man heute an uns kritisiert, das wäre dann mit einem Schlag abgewischt. Nur hier in Berlin, nur hier kann alles gerettet werden. Und den letzten Mann dafür einzusetzen, das ist unsere Pflicht.